Oder? Das war nicht durch ein... Nö. Hier bleibt nichts anderes übrig, außer hier lang zu gehen. Hier geht es auch nicht weiter. Okay. Hier geht es auch nicht weiter. Äh... Ich bin etwas ratlos. Ich bin etwas ratlos. Ich bin etwas ratlos. Hier rein zu springen. Okay, das war wohl nichts. Also die Möglichkeit besteht definitiv nicht. Es war ein Versuch wert. Anders kann ich nicht sagen. Es war einfach ein Versuch wert. Die Frage ist bloß, wie komme ich jetzt weiter. Hat das alles seinen Sinn? Und zweck... Ach, ich muss E drücken. Ich bin etwas ratlos. 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 Oh... Ich bin etwas ratlos. Oh... Super, na dann wollen wir ja mal gucken, hier unten geht es definitiv nicht lang, hier auch nicht, aber was ich weiß ist erstmal, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Wir gucken mal ganz genau hier rein, was hier noch so alles ist, dann kann man nur von der anderen Seite öffnen, gibt es hier irgendwie ein Loch? Ich laufe echt mal im Wasser um zu schauen, ob es hier nicht irgendwo ein Loch gibt. Oh, das Ding habe ich nur eingesammelt, ok. Ah, ich komme wieder rein, das ist ganz gut, dann kann ich hier nochmal schauen, ob ich nicht irgendetwas vergessen habe. Genau, da war das kleine Teil. Und hier bin ich irgendwie durchgestürzt, wa? Und hier können wir keinen Zeil runterwerfen und mich da hochholen? Ey, wie blöd sind die denn? Nein. Aber hier ist nicht. Aber hätte ja sein können, ehrlich gesagt, oder? Nee. Nee. Nee, 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 hier auch nicht. Da auch nicht. Äh. Vielleicht. Ja, das Ding wäre echt perfekt für Gruße. Das Ding wäre echt perfekt für Gruße, die Ding aber. Wo dann auf einmal so ein kleines Kind irgendwo auftaucht. Ja, die uns jetzt in japanischen Gruße filmen. da hinten war ja nichts dann geht es hier lang so, damit er sich mal aufleuchtet jetzt auch nichts da auch nicht das soll ich eigentlich von der anderen Seite öffnen oh shit, oh man da wollte ich doch gar nicht rein aber ich habe das Gefühl da war so ein Durchgang da war ein Durchgang, der direkt zu diesem Loch führte da ich das eigentlich schon eingesammelt habe brauche ich bloß noch die Mumme einsammeln genau so, und dann hier die die Waffe ok mein, boah, ehrlich ist er man ok meine Frasser so und da hinten kommt auch noch einer dankeschön, aber jetzt gucke ich mal von der anderen Seite ich dachte es mir doch dass da was ist ich dachte es mir doch ja, das wird jetzt ein Spaß werden geschafft, oh Gott ich bin gerade innerlich auf dem Stuhl mitgesprungen Gott, oh Gott, oh Gott so, erstmal schön aufladen hier die Waffe dankeschön ich würde trotzdem erstmal gerne bei der bleiben um nicht unnötig Zeug hier zu verblendern ok, das muss ich trotzdem jetzt wieder ok, hat das letztens dann noch ein Zweck gehabt gut wie ja, das geht wie auch 13-2-3-1-1-2-3-4-4-4-4-spend gut sind dann in der Lage ja, dass das ist und dann öffkig die me und ich finde